So sieht das aus, wenn der Markt tapfer auf dem Weg nach oben ist und es quasi keine Anzeichen dafür gibt, dass irgendeine Schwäche im Markt droht. Nein, im Gegenteil, es sieht doch perfekt aus. Zu perfekt? Na, schauen wir es uns mal an, dann wissen wir vielleicht ein bisschen mehr. Was wir hier sehen, das ist der S&P 500 ES. Ihr kennt das, das ist das Kürzel für den Future Markt. Also das, was auch dann quasi nachts am Laufen ist. Wir sehen das hier oben links im Wochenchart, oben rechts Tagesschart, 4-Stunden-Chart und hier unten noch mal in der Hochauflösung 5 Minuten für die, die gerade am Nachmittag noch mal aktiv werden wollen und da droht vielleicht schon, ach, da kommen wir gleich noch dazu. So, also, wollen wir mal gucken, was haben wir da aktuell? Ich sehe, dass wir auf Tages-, nein, auf Wochenbasis, fangen wir mal oben links an, keine Anzeichen für irgendwie was Negatives sehen. Gar nicht null, nada, also keine Indikation, dass irgendwie Schwäche droht im großen Bild. Man sieht es zumindest mal hier nicht auf den ersten Blick. Dann gucken wir im Tageschart. Auch der sieht klasse aus. Wunderschöner Anstieg. Manche eine, ich weiß nicht, ob das bezogen war auf den Index oder auf den Future, allerdings wir sehen hier schon, der Future ist auf jeden Fall fährt über der 6.000er Marke. Das hat also tatsächlich geklappt. Da war ja der ein oder andere, der auch gesagt hat, Mensch, ich sehe gute Chancen, dass der Kurs dann noch hochkommt. Das hat sich tatsächlich bewahrheitet. Im 4-Stunden-Chart allerdings sehe ich etwas, was für einen möglichen Dreh spricht. Immerhin haben wir hier eine Umkehrkerze, ein klassisches Umkehrsignal. Viele kennen das. Das ist ein sogenannter Shooting Star. Kleiner Körper, langer Tail auf der Oberseite. Ein sehr, sehr einfaches Handelssignal, wenn man will. Was allerdings, wenn die Unterseite gebrochen wird, eben einen möglichen Short triggert. Also für viele ist das hier ein Short-Einstieg hier unten drunter. Der Kurs war schon drunter. Also die Short-Idee läuft quasi schon. Der typische Stopp, also systematische Stopp für die Geschichte, wäre dann die Oberseite hier. Also die Oberseite der Kerze, die wir da haben. Also so in etwa hier an der Stelle könnt ihr ja im Chart relativ leicht finden. So schwierig ist das nicht. Wenn ihr das jetzt auf eurem Chart nachguckt und sagt, das sieht bei mir ganz anders aus. Vorsichtig, der Hinweis, das hängt ein bisschen davon ab, wie zum Beispiel euer Broker diese Zeiten oder euer Chartprogramm diese Zeiten einteilt. Bei mir ist das von 0 bis 4, 4 bis 8, 8 bis 12 und so weiter. Und das ergibt eben diese Kerzen. Aber ausländische Broker, die sagen zum Beispiel, ja, wir haben aber die London-Zeit. Da sind natürlich die Kerzen dann abweichend entsprechend. Da müsst ihr ein bisschen drauf gucken. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt sagt, naja, dann ist es ja keine Umkehrkerze. Es ist schon eine Umkehrsituation an der Stelle. Aber wir wissen natürlich auch, dass Umkehrkerzen nicht jetzt das Heilmittel sind im Sinne von, klar, es muss jetzt massiv nach unten gehen. Denn blicken wir auf den 5-Minuten-Chart. Ich zoome mal ganz kurz drauf. Das ist das, was wir hier sehen. Also das, was wir da sehen. Das ist das, was wir hier haben. Also ihr seht, vorher kam der Kurs von unten. Das ist quasi diese Bewegung. So, und wenn ich mir jetzt quasi diese Abwärtsbewegung, die verbirgt sich quasi in diesen beiden 4-Stunden-Kerzen aktuell. Wenn ich mir die beiden hier mal angucke, beziehungsweise das hier angucke, dann habe ich sehr den Eindruck, dass der Verlauf eigentlich unterteilt ist in zwei Bereiche, nämlich der vordere und der hintere. Und anschließend ging es jetzt hier wieder hoch. Das ist erstmal ein ganz gutes Zeichen, denn das bedeutet, dass der vordere Teil dreiwellig ist. Und das ist korrektiv, eigentlich die falsche Richtung. Theoretisch wäre hier oben sogar ein Schicker für die Longseite gewesen, muss man ja schon fast sagen. Denn der Kurs ist jetzt offensichtlich ja nicht auf dem Weg, da unten rauszugehen. Also insofern ist das im Augenblick zumindest mal noch nicht das, was die Marktteilnehmer hier besonders mitreißt. Aber es ist nach wie vor dreiwellig. Auch ein guter Hinweis ist, dieser Anstieg, den wir hier haben, überschneidet sich mit der vorherigen Pause hier. Und das besteht der Verdacht, dass immerhin, auch wenn der Kurs vielleicht sogar noch tiefer geht, das Ganze, was wir hier haben, immer noch korrektiv aussieht. Korrektiv, wissen wir, ist die falsche Richtung. Korrektiv ist mit Überschneidungen und so weiter. Also ich kann mir zwar vorstellen, dass der Kurs vielleicht auch hier tatsächlich noch mal tiefer geht. Ich zeichne das mal hier ein. Also das wäre der Short Trigger. Das ist der Stopp für die Idee und die Erwartungshaltung, dass der Kurs jetzt erst mal runtergeht. Aber diese Kerze sagt nichts aus, wie lange es runtergeht. Das kann ganz lang sein. Guck mal, hier haben wir einen Wochenchart. Das können ganz viele, viele Anschlusskerzen sein oder hier auch viele, viele Anschlusskerzen sein. Es ist aber auch durchaus denkbar. Das haben wir jetzt hier blöderweise gar kein Beispiel da. Aber das ist nur für drei, vier Kerzen oder zwei, drei Kerzen runtergeht und anschließend weiter nach oben klettert. Also vielleicht tatsächlich nur diesen schwarzen Pfeil so ein bisschen runtergeht und anschließend nach oben geht. Aber es schließt eben auch nicht aus, dass das Ganze hier passiert, also dass der Kurs weiter runtergeht. So, das heißt, wir haben einen ersten vorsichtigen Hinweis, dass dieser Anstieg, den wir jetzt hier haben, vielleicht tatsächlich jetzt erst mal eine Pause braucht. Ja, aber sind wir ganz ehrlich, hat er das nicht verdient nach dem Anstieg? Streng genommen kann man das Ganze so auffassen. Der Anstieg, den wir hier haben, also alles das, was nach dieser Korrektur, das ist diese Korrektur, die wir hier haben, oder diesen Korrekturabschnitt dort, haben wir einen Anstieg, der ist sehr steil nach oben gegangen. Hier vorne war eine kleine Pause, hier ist auch eine rote. Es sieht ja mehr oder weniger so aus. Und manch einer wird sagen, es ist auch wieder ein Fünfweller. Ja, das ist auch ein gutes Zeichen. Ja, auch erst mal gut mitgedacht. Das heißt, ein Rücksetzer wäre jetzt auch gar nicht schlimm. Das wäre sogar relativ normal, dass wir jetzt mal irgendwann einen Rücksetzer bekommen. Diese rote Unkerkerze ist jetzt kein zwingendes Indiz dafür. Aber es ist ein Hinweis, dass, nachdem wir schon sehr lange nach oben gewandert sind, jetzt so langsam aber sicher meine Pause gar nicht so wehtäte. Es gibt ein Szenario, was mir ein bisschen Sorge macht. Und darauf will ich zumindest mal hinweisen. Und das Szenario ist das, dass, wenn wir hier im Tageschart uns das anschauen, die letzte große Pause, ich habe extra noch mal rausgezoomt gerade. Die letzte große Pause war ja mehr oder weniger das. Und alles, was wir seitdem haben, haben wir schon seit Wochen drüber gesprochen, sieht so ein bisschen irgendwie in diese Richtung aus. Ja, vorne wahrscheinlich eine scharfe Korrektur, hier hinten eine Seitwärtskorrektur. Da haben wir schon hinlänglich drüber gesprochen. Ist jetzt nichts Neues für euch, wenn ihr das regelmäßig geguckt habt. Ist sogar sehr typisch, dass, wenn eine Seite eine scharfe Korrektur ist, eine eine Seitwärtskorrektur ist. Aber das mal nur so als Idee. Da gibt es vielleicht noch ein paar andere Varianten, wie man das sich anschauen kann. Aber insgesamt, jetzt sind wir schon so stark gestiegen, es besteht der Verdacht, wir sind in diesem Fünf Welle, und das sind ja fünf Wellen, einmal hoch, zweite Runde, dritte hoch, vierte runter, das nicht irritieren lassen wegen der Seitwärtskorrektur, fünfter hoch. So, dann sind wir aber in der fünften und nach der fünften ist gerne mal wieder eine größere Pause angesagt. Das heißt, es droht jetzt irgendwann, keine Sorge, nicht jetzt heute Nachmittag zwingend, auch nicht morgen unbedingt, droht, dass dieses Verhaltensmuster, was wir hier begonnen haben, seit der letzten großen Korrektur, diesen Zyklus abgeschlossen hat und in eine Pause geht. Und da müssen wir genau hingucken, gibt es eine große Pause oder gibt es eine kleine Pause. Vorsichtig, es gibt bisher im großen Bild noch keine Anzeichen und im Vier-Stunden-Chart wenig Anzeichen dafür, dass das jetzt passiert. Aber ich möchte, dass wir das nie aus den Augen verlieren, dass wir es immer im Hinterkopf haben, dass dieses Szenario kommen kann. Gerade wenn dann auch noch Daten auftreten, ist das gar nicht unrealistisch. Das soll man im Moment tun. Naja, ich sage mal so, wer noch Long ist, ich würde da jetzt nicht auf der Long-Seite jetzt massiv rausgehen, können auch gleich noch mal die anderen Indizes angucken, vielleicht sieht das da ja gar nicht so dramatisch aus, dann müssen wir sicherlich das auch beim S&P jetzt nicht überbewerten. Ich finde also immer noch die Long-Seite ganz gut. Aber wir sollten damit rechnen, dass wir bald mal wieder eine Pause bräuchten. Und das kann eine kleine Pause sein, eine mittlere, kann aber auch eine sehr große Pause werden. Das werden wir am Verhalten erahnen können. Wir haben es hier ja jetzt schon eben festgestellt. Naja, aktuell sieht die Abwärtsbewegung nicht nach einem Impuls aus. Warum nicht? Wegen der Dreiwelligkeit oder wegen der Überschneidung dieser verschiedenen Pausen, die wir hier haben. Das heißt, mein Verdacht ist, dass wir vorläufig hier noch nicht wirklich auf diesem Hardcore-Trip unterwegs sind, sondern dass wir das wahrscheinlich noch auf eine, naja, sehr harmlose Art und Weise haben. Also die Abwehrzeit, ja, ich will sie nicht ausschließen. Ich darf sie nicht ausschließen als Händler. Aber ich würde sie vorläufig nicht als das Hauptszenario sehen. Dafür ist der Rücksetzer noch zu drucklos. Man hat noch nicht den Eindruck, dass die Marktteilnehmer das hier unbedingt jetzt zwangsweise schon wollen. Also insofern, wenn es überhaupt runtergeht, dann eher ein bisschen vorläufig. Wahrscheinlich, wenn dieser Rücksetzer größer werden, muss man sich natürlich, muss man umdenken. Deshalb, Nachzieh-Stop ist ja sowieso immer gar nicht so schlecht. Ja, ob ihr dann hier zum Beispiel Parabolik hinterher zieht, der ist relativ eng, im Supertrend, im 4-Stunden-Chart, der gibt ein bisschen mehr Raum. Ja, oder ob ihr das Gleiche im Tageschart macht, da sind die allerdings noch extrem weit weg. Also das finde ich zu weit, ehrlich gesagt. Dann sind wir im ganz anderen Film. Also wenn wäre wahrscheinlich irgendwie sowas ganz attraktiv. Zum Beispiel Supertrend, 4-Stunden-Chart. Wer es eng meint, möglichst viel absichern will, von mir aus Parabolik. Aber da ist die Gefahr natürlich, dass man schnell dann Gewinne mitnimmt, relativ groß. Ich habe es eben schon mal angedeutet. Naja, was könnte denn den Markt dann wirklich zum Kippen bringen? Das sind natürlich Nachrichten. Haben wir denn diese Woche Nachrichten? Ja, heute gar nicht so sehr. Heute ist sowieso Feiertag in Amerika. Nicht für die Börse, aber ansonsten ein bisschen ruhiger alles angegangen. Aber ab Mitte der Woche gibt es eine ganze Reihe Ereignisse, die Potenzial haben. Aus Amerika, aber auch aus anderen Ländern, aus den Wirtschaftszahlen, aber auch bei den Earnings, die einen gewissen Einfluss auf die Märkte noch mal haben können. Da droht einiges. Wir wollen uns das angucken, wie immer mittwochsabends. Ich werde am Ende des Videos einen Link dazu hier für euch platzieren, damit ihr das findet. Ganz am Ende des Videos, die letzten paar Sekunden, 10 Sekunden, 15 Sekunden wird das dann eingeblendet. Und ich werde das als ersten Kommentar unter dieses Video bringen. Also wenn ihr das seht oder suchen wollt, entweder am Ende oder unter dem Video im YouTube. So, also ihr seht, da ist jetzt noch nicht wirklich irgendwie Panik angesagt. Im Gegenteil, sieht doch alles noch gar nicht so schlecht aus. Die Frage bleibt, wie lange geht das so? Gucken wir mal den Verwandten an. Das ist der NQ. Das ist der Nasdaq, in dem Fall Future, hier Nasdaq 100. Da sehen wir im Wochenchart zwar, dass die Kerze heute rot ist. Ja, aber das ist ja noch keine Umkehr. Also am Montag ist das noch kein Umkehrsignal. Alles sieht hier im Moment noch gut aus. Man kann es hier im Wochenchart nicht anders erkennen. Das können wir hier schon. Hier seht ihr übrigens, das war auch eine Umkehrkerze. Die war zwar, glaube ich, nicht ganz sauber. Ich weiß es nicht ganz genau, aber mehr oder weniger zumindest eine Umkehrkerze. Und ihr seht, die ist nicht zwingend, dass das weit läuft. Diese hier lief super. Auch diese hier, seht ihr, hat nur so ein bisschen den Weg nach unten. Also das, was wir eben am S&P besprochen haben, habt jetzt nicht die Riesensorge, oh Gott, oh Gott, das ist jetzt ein ganz schlechtes Omen. Der Kurs muss jetzt nach unten stürzen. Nee, das muss er nicht. Gar nicht. Es ist aber erst mal ein Versuch, nee, ist falsch formuliert. Ist erst mal ein Hinweis, dass die Marktteilnehmer vom Verhalten her quasi die Tür für Verkäufer aufgemacht haben. Und jetzt wird es spannend sein, ob die Marktteilnehmer dazugreifen oder nicht. Tun sie es nicht, ist es eher ein starkes Zeichen. Also das noch mal so als Hinweis zu diesem Verhaltensmuster. Bitte nicht zu sehr auf die Kerzen da schielen und sagen, ganz klar, jetzt gibt der Weltuntergang. Der ist natürlich Unfug. So, dann haben wir den Nasdaq hier im Tagesschart. Immerhin, der Freitag war schon rot. Jetzt heute, also ohne Drama. Also das ist jetzt nicht wirklich, aber wir sehen, das Tempo nach oben lässt ein bisschen nach und auch der heutige Tag, ist da, was das angeht, noch nicht so überzeugend. Vier-Stunden-Chart ebenfalls. Erst noch mal die Abwärtsseite. Das ist zwar kein klassisches Umkehrformationsmuster, zumindest mal nicht jetzt eins, was ich so auf dem Plan habe. Aber wir sehen schon, der Druck nach oben lässt so ein bisschen nach. Und umgekehrt, wenn man im Vier-Stunden-Chart guckt, also dieses Ding, was wir hier so sehen, der Anstieg, also dieses Ding hier runter und hoch, das war das hier. Hier runter und hoch. Deshalb habe ich das immer in diesen verschiedenen Zeiten. Dann sehe ich hier das so ganz grob für den Überblick. Wo sind wir? Wo wollen wir hin? Und hier sehe ich, wo machen wir denn gerade? Und hier sehe ich dann eben die Details. Wer das noch so ein bisschen in Erinnerung hat, das hat noch ein bisschen was von der Seitwärtskorrektur. Also ich würde mich noch nicht mal wundern, wenn er im Anschluss daran noch mal einmal höher geht. Ja, also das wäre jetzt gar nicht so artfremd, trotz dieses starken Rücksetzer, den wir hier haben. Aber spannend wird es jetzt tatsächlich sein, wie der Weg nach oben ist. Und tatsächlich muss ich sagen, dass diese Bewegung nach oben latent korrektiv aussieht. Wie komme ich jetzt darauf? Naja, wir haben hier einen Anstieg. Wenn ich vom tiefsten zum höchsten Punkt gucke, würde ich jetzt sagen, das ist eher ein Dreiweller. Ja, ist das nachvollziehbar? Dreiweller. Ja, okay. Also das sieht eher nach einem Dreiweller aus. Ja, aber was ist, wenn er jetzt noch höher läuft? Sehr gut beobachtet. Wenn er höher läuft, ist wohl kein Dreiweller mehr. Aber dann sehen wir, dass wir die Rücksetzer in dieser Auf... Ich bin ein bisschen versetzt, aber dass die Rücksetzer überschneidend sind, was ebenfalls korrektiv ist. Also auch beim Nasdaq habe ich so ein bisschen den Eindruck, das ist noch nicht so richtig dolle. Und wir haben immerhin eine relativ starke Abwärtsbewegung gehabt, die zugegeben auch so halbwegs dreiwellig anmutet. Aber ich muss sagen, diesen Anstieg, den ich jetzt hier hinten sehe, im Fünf-Minuten-Chart, ich weiß, das ist für die auf Tagesebene jetzt nicht super spannend, aber für die, die Intraday handeln, natürlich ein Thema. Oder die, die irgendwie gehebelt handeln und sagen, muss ich nochmal mit Abwärts rechnen? Kann ich mir das erlauben bei meiner Stückzahl? Nicht, dass ich in den Margin Call komme. Das kann natürlich passieren, dass der Kurs dann nochmal runter geht. Aber wir erinnern uns, selbst wenn das hier so eine Seitwärtskorrektur ist, dann darf er ja nochmal auch mal ein bisschen tiefer gehen und es wäre immer noch kein Drama und wir hätten anschließend immer nochmal Platz quasi für die nächste, die letzte Aufwärtswelle hier in der Geschichte. Also ich würde mich da gar nicht wundern, wenn wir zwar den Drive so ein bisschen verlieren, wenn wir auf dem Weg nach oben in der hinteren Phase, ich sage es mal vorsichtig, so sind. Was bedeutet das? Wer long ist, ich würde das Ding nicht wegschmeißen aktuell. Ich denke, das passt noch. Wir können auch hier mal gucken, Supertrend, Parabolik. Parabolik wäre schon raus. Ihr seht, Parabolik ist halt fies, der zieht halt zu. Wenn ihr Chancen länger offen halten wollt, ist der Supertrend in der Regel sinnvoller. Aber wenn ihr sagt, ich will einfach absichern, so eng wie es geht, dann ist der Parabolik besser. Ja, weil der sagt sich, was, du gehst runter, dann komme ich dir entgegen und dann mache ich Schluss. Ja, das müsst ihr natürlich entscheiden. Wir machen häufig eine Kombination. Das heißt, solange ich dem Markt noch eine Menge zutraue, bleiben wir lieber im Supertrend. Wenn ich aber sage, wir kommen auf unser Ziel zu, wo ich sage, da wird es dann doch die Luft dünn, wechsle ich lieber auf ein Parabolik und sage mir, ich nehme mit, was ich kriegen kann. Alles andere ist mir egal. Nächster Trade kommt bestimmt. Ja, das muss man abwägen. Das ist ein bisschen eine Typfrage. Wer jetzt sagt, was ist denn besser? Das kann ich euch immer im Nachhinein sagen. Und zwar hervorragend. Das weiß man im Vorhinein nicht. Die Aufgabe dieser ist nicht besser zu sein, sondern eine Aufgabe zu erfüllen. Mehr Spielraum lassen für mehr Luft nach oben. Weniger Spielraum lassen für engere Absicherung. Das ist die Entscheidung, die ihr da fällen könnt. Und leider geht das nicht. Ich will ihm gar keinen Spielraum lassen, aber er soll ganz weit noch laufen. Die Kombination gibt es blöderweise nicht an der Börse, auch wenn man sich das natürlich immer gerne wünscht an der Stelle. Na gut, also Nasdaq ebenfalls gar nicht so in der schlechten Voraussetzung. Aus Intraday-Sicht würde ich das nicht so attraktiv finden. Also da finde ich jetzt einen Handel erstmal nicht so den richtig tollen Burner. Im Gegenteil nehmen wir mal an, der geht nochmal einmal höher. Dann fände ich dieses Zwischendief sogar noch einen möglichen Short Entry. Vielleicht können wir uns das heute Abend um 18.30 sogar live angucken, wenn wir da auf die Termine erst gucken und danach dann den Chart. Dann wollen wir uns das Ganze natürlich dann in dem Zusammenhang anschauen. Wenn ihr wollt, gucken wir gemeinsam drauf. Vielleicht ist da gerade die Situation auch für einen Handel. Ja, Dow Jones, das sieht natürlich ebenfalls gut. Wochenbasis, klasse. Tagesbasis, super. Der heutige Tag ist klettert, da kann er gar kein Halten mehr. Ja, als ob es kein Morgen mehr gibt. Es wird halt einfach tapfer gekauft. Sieht super aus. Im 4-Stunden-Chart, vorsichtig, die letzte Kerze ist rot. Die läuft gerade ein Viertel ihrer Zeit. Also die kann noch massiv grün werden. Die kann natürlich auch noch massiv rot werden. Aber über die rote Kerze hinten kann man noch nichts sagen. Die ist ja gerade so erst in der Entstehung. Man sieht nichts Negatives hier. Und auch wenn ich auf einen 5-Minuten-Chart gucke, muss ich sagen, wenn ich mir beim Dow die Abwärtsbewegung angucke und die mit der Aufwärtsbewegung vergleiche, welche macht einen korrektiveren Eindruck? Manch einer sagt sich hier im 5-Minuten-Chart ist auch ein Long-Zeichen. Ein sogenannter Hammer. Das, was wir uns eben angeguckt haben, kürzte Zeit der Shootingstar auf der Short-Seite. Das ist der Hammer mit Erwartungshaltung. Komm, geht nochmal weiter hoch. Also tatsächlich, der Dow Jones macht mir einen sehr, sehr guten, sehr soliden Eindruck. Nicht, dass wir das nicht unbedingt erwartet haben. Insofern, damit haben wir ja schon gerechnet, dass wenn der Kurs hier tatsächlich dreht, das wussten wir nicht zwingend. Aber die Chancen dafür sind halt sehr groß. Deshalb hatten wir das ja hier so erwähnt und so eingezeichnet. Nur, jetzt darf man nicht vergessen, das ist schon wieder sehr stark ein Fünfweller. Und wenn ich mal so die Größenordnung vergleiche, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir da jetzt noch reinsetzen wollen, aber man kann ganz gerne mal, wenn man es richtig macht, ist es noch besser. Machen wir das weg hier. Mal so ganz grob abmessen, abschätzen. Wie lang sind denn so Bewegungen? Zum Beispiel messen wir mal die erste Aufwärtsbewegung und vergleichen die mit der aktuellen. Dann stellen wir fest, ein bisschen Platz ist noch da. Man misst dann auch gerne die erste bis zur vierten. Und meine Mutmaßung ist ja, dass die vierte hier zu Ende ist und wir dann eine Seitwärtsbewegung haben. Und dann stellen wir fest, die 38 war schon hier, aber sie ist unterhalb dieses Punktes, ist schon mal nicht so typisch. Und da oben, die sind enger zusammen. Also ich würde mal klassischerweise sagen, irgendwo hier wäre nicht unbedingt eine unnatürliche Zielweite für die Geschichte. Ja, das ist nicht zwingend, dass es da an der Stelle dreht, aber das wäre so in diesem Verhaltensmuster eigentlich eine ganz klassische Erwartungshaltung, dass der Kurs bis dahin irgendwo dann laufen kann. Man kann das noch mit FIBO Extensions. Bei Extensions misst man immer die Gegenbewegung. Aus Elliott-Sicht würde ich das messen, weil das ist ja die vierte als Seitwärtskorrektur. Und dann sehen wir, da sind wir durch, brauchen wir nicht mehr, da sind wir durch. Und die clustert hervorragend, okay? Jetzt ist das eine starke Elliott-Sicht. Viele Fibonacci-Fans würden das gar nicht so zeichnen, die sagen, wieso, aber hier war doch ein Rücksetzer. Na gut, können wir ja auch einzeichnen, stört ja nicht. Und dann stellen wir fest, da sind wir durch, brauchen wir nicht mehr. Die 161 ist auch in dieser Zone. Was war denn die nächstgrößere Korrektur, die wir vorher hatten? Das war die, die wir hier hatten. Können wir ja auch einzeichnen. Fibonacci, von da nach da. Bleiben wir fest, da hat er mal kurz angehalten. Da hat er gedreht. Also ihr seht, das funktioniert schon. Aber die nächste Marke ist erst ein gutes Stück höher. Also das nächste Cluster hätten wir dann irgendwo hier oben bei 46.500. Kann ja sein, dass er auch noch weiterklettert. Aber Verdacht, hier sind die Marktteilnehmer jetzt erstmal gefragt. Na, wollt ihr wirklich? Traut ihr euch? Oder werdet ihr langsam müde? Also die Gefahr besteht. Ich will das jetzt nicht überglorifizieren, dass diese Zone jetzt sicher ein Dreh ist. Also das kann man nicht sagen. Bitte geht jetzt nicht davon aus. Nee, nee, hier sind ein paar Linien. Der muss dort drehen. Das ist Quatsch. Aber ich sag mal so, wir sind jetzt in einem Bereich, wo wir lange ohne Korrektur sind, wo wir auch von den klassischen Verhältnismäßigkeiten und der Markt orientiert sich gerne, nicht immer und nicht zwingend, aber gerne an diesen klassischen Verhältnismäßigkeiten, dass er hier dreht. Achten wir also darauf, was passiert. Im Moment haben wir eben schon gesagt, sieht doch weder im Wochen noch im Tages noch im 4-Stunden-Chart doof aus und auch im 5-Minuten-Chart. Selbst wenn er noch mal tiefer geht, es ist ja immer noch korrektiv, dann macht er halt danach weiter, sieht doch noch alles ganz gut aus. Ja, sehe ich auch so. Also noch kein Drama, aber wir sollten die Augen ganz weit aufgerissen haben. Naja, das klingt eher nach Panik. Nee, aber schon offen halten und nicht einfach sagen, kann ja gar nicht schief gehen. Und der Kurs massiert er jetzt durch. Also, wie die Anzeichen für Short aussehen. Schub runter, korrektiv hoch. Haben wir nicht. Haben wir bei allen Indizes in Amerika im Moment nicht. Deshalb müssen wir nicht da in Sorge sein, sondern nur in... Ja, ich vergesse es nicht. Ja, so, das ist vielleicht der Hinweis dazu. Das ist RTY, das ist der Mini-Russell 2000 Future für den sehr breiten Markt. Auch der Wochen-Chart, Tages-Chart. Es gibt keine Anzeichen für den Dreh. Und hier ist sogar für die 5-Minuten-Händler vielleicht spannend. Die letzte Aufwärtsbewegung spannend, wenn er wackerlich runterkommt. Ja, wäre das die Versuchung, hier heute Nachmittag sogar noch mal einen kleinen Long zu starten. Ja, als Idee. Ja, Amerika sieht alles sehr positiv aus. Mit Chancen, dass die nächste Pausenzone erreicht ist. Allerdings auch mit einem guten Zeichen, dass keine Ermüdung ist. Dann machen sie vielleicht eine kleine Pause. Das ist ihnen ja auch gegönnt. Aber es sieht jetzt nicht danach aus, als ob sie massiv auf Panik umdrehen. Ja, inwieweit die Termine dieser Woche da eine Rolle spielen. Das gucken wir uns heute Abend um 18.30 Uhr an. Der Link, wie gesagt, ganz am Ende. Jetzt gucken wir aber erst noch mal auf den DAX. Und dann sehen wir, der gefällt mir mit Abstand am wenigsten. Warum das jetzt? Ist doch auch eine grüne Kerze. Ja, das ist schon richtig. Aber wenn ich mir so diese Aufwärtsbewegung hier oder das hintere Ende angucke, wobei streng genommen beim DAX Future das Tief hier am 6. November um 16 Uhr war, dann haben wir schon steilen Rücksetzer hier. Also irgendwie, das sieht nicht so schön aus, ehrlich gesagt. Ich würde es aber jetzt auch nicht überdramatisieren. Nur wenn er hier durchgeht, durch dieses Tief am 8. November, dann sollten wir vorsichtig sein, dann wird sich diese Korrektur mit Sicherheit noch mal fortsetzen. Und weil diese Korrektur doch sehr viel größer war, dann kann ich mir auch vorstellen, dass wir hier unten noch mal landen. Naja gut, da müssen wir jetzt nicht so super in Panik geraten, denn im Moment ist die jüngste Aufwärtsbewegung eben stark. Wir sehen das hier im 4-Stunden-Chart. Das heißt, auch hier würde ich jetzt Folgendes erstmal gucken. Gehen wir Korrektiv hier rein. Korrektiv zur Erinnerung, dreiwellig oder mehrfach mit Kursüberschneidung. Und denkt dran, die Größenordnung für klassische Korrekturen sind 38, 50, 61, 8. Das ist nur, dass man so eine Orientierung hat. Manchmal kriege ich geschimpft, du immer mit deinen blöden Fibonaccis. Ich habe weder die Fibonaccis erfunden, noch das Verhalten am Markt. Das machen die Marktteilnehmer ja völlig ohne mich. Aber das sind halt sehr gerne sehr klassische Korrekturgrößen. Wenn der Markt mal runter geht, dann halt gerne irgendwo in dem Bereich. Das kann manchmal die Unterseite sein. Wir können ja mal gucken, wie es hier vorne war. Hier hatten wir einen Anstieg und dann ging er runter. Ging er sogar ein bisschen tiefer als die Marke. Ist nicht ganz so typisch. Und es ist auch sehr senkrecht. Ist auch nicht so typisch, ehrlich gesagt. Aber zu erwarten wäre und am schönsten auch für eine neue Handelsidee ist, wenn er hier schön wackelig reingeht, dann würde ich auch beim DAX sagen, naja, komm, die Amis stehen auch noch ganz gut da. Wollen wir nicht nochmal eine Aufwärtsrichtung machen? Also hier in den nächsten Stunden korrektiv runter. Denn dieser Anstieg, den wir hier haben seit dem 8. November, das ist hier im 5-Minuten-Chart das, das sieht wunderschön noch aus. Und dementsprechend sehe ich Chancen, dass es erst nochmal weiter nach oben geht. Ein bisschen sogar der Verdacht. Erste, zweite, das sind drei Weller. Und 1, 2, 3, 4, 5, irgendwie sowas in der Richtung. Da müsste man intern nochmal gucken. Vielleicht sogar hier noch die vierte erst. Und dann die fünfte. Und danach erst die Pause. Also das, was ich hier schon eingezeichnet habe, möglicherweise läuft er erst noch ein bisschen höher und danach runter. Dann müsst ihr die Fibonaccis von da bis zu dem Hochpunkt anzeichnen. Ja, also solange es korrektiv runter geht, ist das alles erstmal ein ganz gutes Zeichen. Korrektiv wären die Zwischenhochs, also korrektiv, dreiwellig, A, B, C. Dieses hier wäre etwas, was man in der Richtung beobachten kann. Das ist hier heute Nachmittag, 16 Uhr, 15 Uhr, irgendwie so die Zwischenhochs gewesen. Wenn er da durchgeht, Fortsetzung nach oben. Es ist aber nicht die erste Korrektur. Wir haben hier vorne schon welche. Das heißt, ich weiß nicht wie weit, aber klassisches Ziel erstmal da drüber. Wer jetzt mutig genug ist, hier noch einzusteigen, kann natürlich sagen, okay, sobald ich diese Marke da oben erreicht habe, ziehe ich einen Stop auf den Einstieg und dann gucken wir mal, wie weit das Ding noch läuft. Aber ihr müsst damit rechnen, dass wir tatsächlich jetzt irgendwann in Kürze diese Pause mal bekommen, in die Mitte rein. Das ist halt ein relativ normales Verhalten. Ich sehe es noch nicht, aber wir müssen damit rechnen. Wenn euch das stört, müssten die Stops enger liegen. Wenn ihr sagt, das sieht sich aus, ist ja egal, dann müssten die Stops unterhalb dieser Zone liegen, damit ihr trotz Rücksetzer in der Position drin bleibt. Beim DAX finde ich es im Moment am unattraktivsten und finde ich da, was das angeht, gar nicht so schön, ehrlich gesagt. Die Amerikaner gefallen mir da aktuell am besten. Auch dort ist allerdings die Chance für den Dreh da, der sich allerdings noch nicht abzeichnet. So, jetzt hier der Link für heute Abend. Termine unbedingt mit mir angucken, entweder live oder in der Aufzeichnung. Es ist wichtig. Es sind wichtige Termine mit dabei. Das sollte man wissen. Es ist Wohler auf jeden Fall zu erwarten und möglicherweise auch ein Einfluss, ob es diesen Dreh gibt oder nicht. Wichtig, dass man die Uhrzeiten und vielleicht auch die Gründe, Hintergründe dazu kennt. Deshalb freue ich mich, wenn ihr mit dabei seid. Ansonsten euch erstmal alles Gute und liebe Grüße. beim nächsten Mal.